In dieser Maschine aus Frankfurt sitzt Monika Karsch, unsere bayerische Silbermedaillengewinnerin. Und so einen Menschenauflauf hat der Flughafen München selten gesehen. Auf Einladung unseres ersten Landesschützenmeisters Wolfgang Kink warteten zahlreiche Gratulanten, viele BSSB-Offizielle, die Schützenjugend und der Spielmannszug Hörgertshausen auf unsere Pistolenschützer. Und natürlich Freunde, Familie und ihre beiden Kinder Bruno und Lina. Und da war sie endlich, unsere Silbermane. Silber in Rio und in München gab es dann auch noch eine ganz besondere, herzliche Auszeichnung. Also so ein Empfang ist echt super. Danke. Unser erster Landesschützenmeister gehörte zu den ersten Gratulanten. Ja, das ist schon ein Erhebnisgefühl. Und sie ist schuld, dass sie Silbermane hat, weil sie hat fleißig trainiert die letzten Jahre. Und das Umfeld hat, glaube ich, auch einigermaßen gestimmt. Und ich hoffe, dass wir das auch so weiter pflegen können, dass das Kameradschaftliche und das Miteinander weiter vorwärts geht und das auch dabei behalten wird. Und das ist der Garant für den Erfolg. Und hier hat es sehr viel, was uns ein paar unvergessliche Minuten bereitet. Also jetzt seitdem ich, eigentlich, ich war dann nochmal einmal beim Feiern in Rio. Und dann habe ich gedacht, das war jetzt so mein Abschied dort. Und seitdem freue ich mich jetzt nur noch auf daheim. Das ist jetzt ungefähr 24 Stunden her. Und ja, man fiebert dann einfach auf daheim. Am meisten freue ich mich natürlich auf die Kinder. Und ja, also dass es jetzt hier so losgeht und dass es eigentlich gleich so weitergeht mit Feiern ist Wahnsinn. Und ja, obwohl die Stimme nicht vom Feiern kommt, sondern vom Jubeln. Gut. Genau, also es ist super. Und es ist einfach ein Traum. Also man träumt immer von dieser Medaille und sie jetzt wirklich zu haben. Das ist unbeschreiblich. Und ja, es ist wirklich Wahnsinn. Also einfach schön. Ich bin schon ziemlich happy. Also ich bin jetzt auch ein bisschen lockerer als vielleicht noch vor fünf Tagen. Und ein sensationeller Erfolg. Oh ja, ein langer Weg, harte Arbeit, viele Stunden. Und ja, es ist ein toller Lohn. Es ist einfach schön. Und ich glaube, jetzt ist langsam auch mal eine Zeit, dass man es ein bisschen genießen kann. Voll geil. Wir schweben jetzt seit einer Woche Erfolg G7. Und das genießen wir jetzt einfach. Und jetzt gehen wir von einer Feier zur anderen. Wir fahren jetzt direkt in die Stadt, mitten in die Stadt nach Ringsburg. Da haben wir was gemietet. Und dann wartet da der Bürgermeister und alle Politiker, die dabei sein wollen. Und alle Sponsoren und alle Freunde und unsere Verwandten. Und alle, die wir jetzt auf die Schnelle erreichen können. Und in einer Woche ist in Rott, aber hier daheim im Dorf, großes Festempfang. Und das wird dann noch größer. Der gesamte Bayerische Sportschützenbund sagt ebenso herzlichen Glückwunsch zur Silbermedaille. Feier schön und weiterhin gut Schuss, liebe Mutti. Vielen Dank.